So ein Drecksfotzenwetter da draußen, das schieft wie zau, könnte ich's, Winterjacken hab ich natürlich schon eingepackt, ne, das wenn's so weiter geht, dann kann ich mal einen Winterreifen wieder aufs Auto da, ich wär verrückt nochmal da drunter, das gibt's ja überhaupt, das ist so ein Arschluch da oben da, he he.